Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und wie ihr es im Titel vielleicht schon gelesen habt, das Vorredespiel. Was soll das bedeuten, was habe ich damit vor? Das soll eine neue Serie in meinem Kanal sein. Alle paar Wochen möchte ich da ein Gameplay raushauen über das Vorredespiel. Was soll das Vorredespiel sein? Ganz einfach erklärt. Also wie ich darauf gekommen bin, will ich vorher erst mal sagen. Ich war mit meinem Kumpel Green Thunder gestern unterwegs und wir haben schon ein paar Stündchen gezockt und hatten dann einfach Bock mal irgendwie nicht zu schwitzen und sich zu mega zu konzentrieren und hatten uns gedacht, komm, ganz anfängermäßig hauen wir uns jetzt die Drohne, kommt der Drohne und die Vorräte rein und ganz wichtig als Perk den Techniker. Falls in den Vorräten scheiße drin ist, kann man das neu auswürfeln. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht für die Leute, die es gar nicht ganz so einfach haben, eine hohe Streak zu erreichen, die es vielleicht nur bis zur Drohne oder zum Vorräten schaffen. Ist das eigentlich eine feine Sache, da auch mal ein Heli oder so rauszuholen. Wichtig ist auch zu sagen, nehmt die Gameplays bitte nicht zu ernst. Wer meine Videos ein bisschen verfolgt, der weiß, dass ich meine Streaks auch so erreichen kann, nur mit der Waffe. Das soll wirklich nur just for fun sein. Ziel soll es sein, entweder alleine oder zu zweit, so wie ich es mit meinem Kollegen vorhabe, so viele Kills wie möglich in Herrschaft oder sonst irgendeinem Modi zu erspielen. Wir waren gestern bei 126 Kills zu zweit insgesamt. Ich hatte 75 und Green Thunder hatte 51. Und nach dem Gameplay ist mir aufgefallen, Mensch, das ist eigentlich eine richtig coole Idee. Wie gesagt, verkneift euch jetzt irgendwelche dämlichen Kommentare wie ihr Noobs. Ihr könnt es wohl nicht anders. Es soll wirklich nur eine just for fun Geschichte sein. Alle paar Wochen wollen wir das machen. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gameplay. Einen Daumen würde ich mich sehr drüber freuen und ein Abo. Bis zum nächsten Video. Hört rein. Ciao. Die versperren in die Sicht. Da könnte ich aggressiv werden. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Nervt, ey. Ich habe gerade zwei Vorräte im Jahr spielt. Ist das dumm. Eine Drohne ist drin. Endern. Habe ich schon. War vorhin eine Ferndenkladung. Ich ändere doch mal. Was? Na, du hast es im, im, im Paket vor. Unmöglich, Alter. Aber wenn du Inspektion machst, hast du doch das drin. Na, du doch auch. Ja? Warum treffe ich den nicht? Du bist so richtig dumm, Alter. Du warst eigentlich gerade der Depp Number One für mich. Ich habe Vorräte und ich weiß nicht, wo ich sie hinschmeißen soll. Ja, ich weiß nicht. Komm, schmeiß hin. Hast du es gekündigt, Horst? Dankeschön. Danke. Meine Frau hat gesagt, ich muss jetzt auf. Oh, Treasure, den hatte ich noch nie. Ja, ist ganz okay, auf der Map. Bin ich jetzt mal gespannt, was da so reißt. Wer, der reißt nichts. Oh, Doppelkill. Zehn Minuten. Oh nein. Warum ist das jetzt schon zu Ende? Weiß nicht. Ey, wozu setze ich jetzt den Treasure ein, wenn danach die Runde zu Ende ist? Oh, das ist doch schon wieder behindert. Ist jetzt Halbzeit oder richtig Schluss? Das ist, weiß ich nicht. Ja, guck mal, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Das habe ich schon gesehen. Das war Halbzeit. Ey, ist das behindert. Ey, ich freue mich, weißt du, dass ich eine vernünftige Abschussserie kriege, was passiert. Scheiße passiert. Ja, nein. Du Assi, Alter. Spawn der direkt hinter uns. Kampfhubschrauber. Hallo, du, 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 du. Schaff. Trotzdem habe ich die hier gekriegt. Oh, dein Heli macht ordentlich Kills. Scharfschütznest! Verpiss dich mit deinem Heli. Oh, ich laufe voll in diese scheiß Klassegranate rein. Und ruckzuck geht's los. Der kostet gerade, Alter. Die wollen alle geiern, wie die Deppen, Alter. Kriegen so auf den Latz, ey. Das ist so geil. Die sind alle so dumm, ey. Ich hau hier ein Ding nach dem anderen raus. Das macht so Spaß. Ach, fuck, ey. Ich war gerade richtig gut, ey. Ja, ist doch jetzt gut. Jawohl, noch ein Scharfschützennester. Hast du gerade gehört? Feindlich, das Kampfflugzeug nähert sich. Ja, ja, ich hab's gehört. Wir haben jetzt ein Problem. Das scheint schon wieder weg zu sein. Ich hör's nicht. Und ich konnte mein Scharfschützennest rufen. Feindliches. Ja, na und? Das scheint schon wieder weg zu sein. Ich weiß aber nicht, warum. Vielleicht hat der Typ gequittet. Auf jeden Fall ist es nicht am Himmel. Da haben wir ein Glück. Das ist so geil, Alter. Es macht einfach Spaß. Eine Konterdrohne ist drin. Ach, fuck, ey. Aber überhaupt veränderst du das nicht? Hab ich doch. Es war vorhin ein Hellstorm. Oh, ich bin so dämlich, Alter. Ja, was will ich mit einer Hellstorm? Eine Hellstorm ist doch easy. Und die Geiern schon mit euch. Ich merk's doch. Die Geiern. Oh, Mann. Fuck, ey. Oh, was ist hier los? Nein, nein. Oh, ich hasse diese Feier. Das ist so schlecht. Ey, kann ich nicht noch eine beschissene? Was? Ich habe hier. Ich habe hier. Was? 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 Das macht so Laune. Warum verreckst du nicht? Der hat mir gerade ins Bein geschossen. Und? Bist du dann weggehumpelt? Hm. Was ist denn hier los? Macht der eigentlich auch mal was? Haha. Ey, das ist doch nicht dein Ernst, ey. Macht das immer noch einmal drüber. Shit. Boah, hab ich zur Krone verändert. Hätte ich den Blitzschlag genommen. Steckt mir nichts drin, naja, manchmal. Oh, der Läuft, der Damage läuft an dem vorbei. Ist der dämlich? Alter, komm, schneller. Boah. In dem Hauschen, in dem Bungalow ist einer drinnen. Letzt nicht mehr. Schau mal hinter uns nicht, dass da einer kommt, dass ich ja meine... Oh, ich hab von Treasure auf Konterdrohne geändert. Echt jetzt? Ja, ich hab gehofft, dass da mal was anderes drin ist. Ja, ich dachte mir, ich versuch mal was anderes. Warum schießt denn der nicht der Spastier? Na, wenigstens hab ich dich noch gekriegt, du kleiner Pisser. Oh Gott, wenn ich jetzt hier noch eine Waffe genommen hätte, mit der ich richtig gut umgehen kann, dann hätte ich ja 50.000 Mal die Vorräte geholt. Mindestens. Ich hab 75 Kills, hab ich, Alter. Ich hab... Wie oft bist du gestorben? 19 Mal. Alter, ich hab 51, 12. Also so gut war ich doch nie. Das hat echt Bock gemacht. Beste Runde. Das hat nur geknallt, richtig edel.